Ja allüchen Leute, hier sind wir wieder nach unserem glorreichen Tod in The Legend of Zelda Und hier müsste gleich wieder das Viecher nicht auftauchen, wenn ich mich nicht irre Wo ist denn das schnucklige Ding? Oder? Doch nicht. Oh, okay. Umso besser Wenn dieses Hey Genau, da können wir irgendwas... So, genau Was Zalia wohl sagen würde Wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten Ja, das ist mir natürlich jetzt von großer Hilfe Bitte Da unten scheint irgendwas zu sein Aber ich kann nicht genau sehen, was... Naja Dann wollte ich noch unseren anderen Schild ausrüsten Ach, habe ich schon, okay Das andere Schild war irgendwie ein bisschen scheiße So Hier sind immer gut, die Teile Das hätte jetzt ein bisschen auch Vernuss, würde ich mal sagen Und so funktioniert das Nein, 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 nein Nein, was mache ich denn? Hallo Die Kamera hat sich gerade zur Bühne gewechselt, geändert Boah, genau, ey Der stirbt mal ganz fett, ey Hallo, ach, ich durche seh, Mann Ich bin... Ich bin dümmster Mensch Ich bin ja zwei Herzen verloren In meiner grandiose Dummheit Ich konnte noch irgendwie die Karte dahin machen Die habe ich da letztes Mal geschafft M für Map Nein Ah, da, mit S, glaube ich Na, mit A, mit A, gut Oh mein Gott Schwere Geburt mit der Tastenbelegung, ey Ich hoffe, wir müssen hier lang Schon wieder so ein Scheißer Komm Komm raus Und Jo, korrekt So, mein Herz Ich bin einfach zu doof, um die Teile umzulegen So So, und durchs jeden Fall durchs Kacklabyrinth Oh So, guck Zwei mit einer Klatsche Wie hieß das Märchen nochmal? Ich hab's vergessen, ey Mir fällt grad irgendwie Wilhelm Tell ein Aber das lesen wir grad in der Schule Deshalb fällt mir das grad wohl ein Scheiße Ich hab's vergessen, am Anfang da auch nochmal auf die Uhr zu gucken Weil ich hab keinen Timer mehr Ah, guck mal Das ist doch Ist das nicht die eine da? Aus dem Kukiri-Dorf? Hallo Ich hab auf dich gewartet, Alex Dies ist die heilige Lichtung Mein Lieblingsort Ich spüre etwas Dieser Ort wird für uns beide von schicksalshafter Bedeutung sein Das kann ich fühlen Spielst du hier die Ocarina Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Oh, klar Versuche die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen Bist du bereit? Der Logo Also Das Lied kenne ich sogar auf Gitarre, man Das ist Lost Woods, ey Bester Song Wie wunderschön Du darfst dieses Lied nie vergessen Verspreche es Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten Nice Du hast Salias Lied erlernt So, wie ihr sagt Ich hab keinen Timer mehr Vielleicht kennt ihr das auch Lehrer sind in der Hinsicht empfindlich Wenn ein Wecker im Unterricht losgeht Das ist richtig behindert dann Aber Ist halt so So, ich schätze mal Wir haben jetzt die Melodie, die der Steintyp haben will Und somit können wir, denke ich mal, zurücklatschen Würde ich ja mal sagen, oder? Wir werden eben die Melodie mal vorklimpern Das wird schon klappen Ach guck mal Hier kann man sogar hoch Einfach nur episch der Song Lost Woods, Leute Ich hab das Gefühl, ihr geht uns gleich irgendwas auf den Nerv Gut, die Umgebung auschecken Da vorne geht's doch irgendwo hin, oder? Das checken wir einmal kurz ab Nein, ich... Du bist so dumm Spring direkt runter Kein Problem Nächstes Mal ist da eine Schlucht und du springst direkt Dummer Esel Den müssen wir ja alles umgelegt haben Die Nussspucktypen Und deshalb ist das kein Problem Dann mal raus hier Wieder zu den Steinfressertypen Verlorene Wälder Alex Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Na klar, Logo Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht Lieder zu lernen Zum Beispiel in der Ruhe Platzierst du die Ocarina auf C Und weißt du aus Während Notlinien erscheinen Ich empfehle dir Hier eins der Lieder zu spielen Die du erlernt hast Du kannst natürlich auch ohne Notlinien spielen Auch das macht Spaß Oh ja Muss ich alles so mal sagen? Nein Alle Lieder, die du lernst Werden dir im Status wieder angezeigt Lerne sie denn, wenn wir es hier häufig brauchen Oh mein Gott Oh mein Gott Habe ich schon wieder gelitten, ey Unglaublich, ey Ähm Wie kommen wir denn jetzt zurück zu den Steinfressern? Da muss er doch irgendwie eine Abkürzung geben Weil, äh Warte, da kommen wir her Die Karte ist ja hilfreich Die hilft uns natürlich sehr Wo geht's denn hier lang? Ich hoffe zum Stein Ne Kukiri-Wald Ja, dat wär ein Notfallplan Vom Kukiri-Wald wieder dahin zu laden Zu den Steintypen Aber wir müssen doch die Abkürzung eigentlich wieder nehmen können Wo kommen wir hier hin? Was ist denn hier los? Oh Nein, ich wollte das hier machen Denn das sieht man noch ziemlich Oh Ne, ich glaube es ist Verarsche Aber Muss da, muss da irgendwie Moment Ganz in der Mitte Ganz in der Mitte Schön zielen Können wir das nicht irgendwie anvisieren? Ah, Steuerung, Mann Loll Loll Jetzt sind die Borg, Alter Die haben sich teleportiert Auf den Planeten Habt ihr das gesehen? Die wollen mich assimilieren Aber egal Wir reden jetzt Erfangen wir mit denen Aber ich kann nicht Ich bin unfähig Ich kämpfe dann Schön mit dir reden, Mann Du bist zu dumm, Link Ne, du bist so Du bist so dumm Ach komm Scheiß auf die Borg Wir gehen jetzt erst mal Wieder zum Steinmetz Typen da Die Meißeln bestimmt Grabsteine oder so Egal Ich würde sagen Ich denke mal Die Zeit ist auch schon wieder um Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Wir entfernen uns dann Von dem Borg Zu den Steinmetzen Äh Bis dann, Schluss Bis dann, Schluss